Hallo, grüß euch miteinander. Ich bin der Ellenrieder Wenzel aus dem schönen Allgäu, Dösingen und ich bin der Erfinder vom Elenator. Der Elenator ist ein Fahrzeug, wo 16-Jährige mit dem A1-Führerschein fahren können. Der A1-Führerschein ist ein 125er Motorrad-Führerschein. Der Elenator ist ein reiner Pkw, der alle Sicherheitsvorkehrungen drinnen hat, mit ABS, ESP, mit Knauzzone, weil mir das sehr am Herzen liegt, dass ein 16-Jähriger sicher von A nach B kommt. Und wenn was passieren sollte, weiß man, es sitzt in einem richtigen Auto, wo alle Sicherheitsvorkehrungen gegeben sind. Dieses Fahrzeug ist ein Viersitzer, hat Soundsystem drinnen, hat den kompletten Komfort, hat manche mit Sitzheizung, mit Höhenverstellbarer Sitzung, Lenkradhöhenverstellbar. Sie können bei Freunden mitnehmen, der Komfort, die Sicherheit da ist und es ist momentan unschlagbar. Es gibt kein sicheres Fahrzeug wie dieses. Der 500er Fiat ist ein Spenderfahrzeug. Der 500er Fiat ist ein Massenauto, durch das sind die Ersatzteile erschwinglich. Jede Reparaturwerkstelle kann dieses Fahrzeug instand setzen. Ersatzteile sind von heute auf morgen da. Der Regelnator hat einen Krachstoffverbrauch von ungefähr 5,5 Liter, hat 15 kW, sind ungefähr 20 PS, läuft um die 90 Stundenkilometer schnell. Durch das darf ich mit diesem Fahrzeug auf die Autobahn, auf die Schnellstraße. Durch den A1-Führerschein, da kann der 16-Jährige ohne Begleitung mit diesem Fahrzeug fahren. Und dann ist das Mama-und-Papa-Taxi mit diesem Fahrzeug gleich vorbei. Es ist auch ein vollwertiges Familienauto, weil mit diesem Fahrzeug durch die 90 Stundenkilometer bin ich über Land flott unterwegs, bin in der Stadt kein Bremsklotz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017